Ja, Moin ihr Lieben, ich bin's. Ja, willkommen zum ersten Stopp, zum ersten Video hier aus Olbia. In Sardinien und ja, es war ein sehr später Rheinflug von Hamburg nach Mallorca. Wir sind erst sehr spät gekommen, Flug war super. Von Mallorca haben wir jetzt überhaupt nichts mitgekriegt und hatten dann gestern am ersten Tag einen Seetag mit unfassbaren Temperaturen. Und ihr seht auch schon, hier ist halt noch richtig Sommer, also volle Kante. Und wir waren heute früh gleich ganz früh von Bord und sind durch die Stadt hier gelaufen, durch Olbia, wunderschönes, kleines Städtchen. Ein paar Bilder seht ihr ja nebenbei und haben ein bisschen fotografiert. Heute Morgen der Sonnenaufgang beim Early Bird hinten auf dem Achterdeck. Das hat schon viel Spaß gemacht und ja, das war auf jeden Fall ein schöner erster Stopp. Und jetzt sind wir wieder an Bord. Heute Nachmittag geht's dann um 17 Uhr wieder weiter Richtung Neapel. Und es war auf jeden Fall ein schöner Trip bisher bei wunderbaren Temperaturen und Badewannenwetter, Windstärke 1 bis 2. Also wirklich genial. Ja, ein paar Eindrücke noch und das kommt jetzt in kurzen weiteren Steps. Ich danke auch jetzt schon mal für die Abonnenten, die dazu gekommen sind. Und ich hoffe, wir schießen hier viele schöne Bilder. Und von daher freue ich mich über jeden Abonnenten und wer Bock hat, jetzt dabei zu bleiben, jetzt folgen jetzt immer mal aus jedem Stopp, so ein kleiner Kurzfilm mit ein paar Impressionen und fotografisch sicherlich hier sehr einladend. Und wir haben auf jeden Fall viel Spaß und ja, was soll ich sagen, bei herrlichem Wetter, ihr Lieben. Bis dann und danke fürs Einschalten. Tschüss! Bis dann und danke fürs Zuschauen. Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.